Ach, Midwitch. Es gibt doch einfach so viele assoziale Maps. Es gibt so viele Assi-Maps in diesem Videogame. Warum ist das so? Hey, Mac. Es geht. Geile Map, oder? Ich hoffe, es ist Deathslinger. Das ist mein Fenster. Nö, ich mein's. Du gehst. Du gehst. Ich geh nicht. Siehste? Yeah. Warum ist dein Merch-Website off? Weil ich... Oh mein Gott. Ghostface, ey. Auf dieser Map, Mann. Weil ich keine Partnerschaft mehr hab mit dem Appstar. Da kannst du wenigstens den Paletten-Pirk einsetzen. Ja, das ist true. Aber die Paletten hier sind scheiße auf der Map. Wir müssen den fertig machen, bevor wer kommt. Hallo, wie geht's denn so? Scheiße. Uncool. Wie komm ich da jetzt wieder hoch, Alter? Ich hoffe, er hat keinen Pop-Gustel-Weasel. Selbst wenn er es hat, ist er wahrscheinlich... ähm... weit genug weg. Das ist kein Pop. Okay, ich mach den da oben. Welch? Kommt der da hin oder ist die unten gedauert worden? Weiß nicht genau. Wahrscheinlich unten. Okay, sehr gut, Team. Sehr gut. Ich glaube, hier war noch einer. Ja. Hier hat man auch eine relativ gute... Kann ich hier rumgucken? Ja, ich geh mal hier hin. Fuck. Tja, Tadeos. Ich bin bestimmt sowas von 99%. Fuck, ich wusste es. Fuck. Fuck. Der knieh ich, Alter. Oh! Streamer OP! Ah, Hilfe, Alter! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft, Alter! Was ne Legende. Also ich... Also ich mein natürlich mich. Also ich bin die Legende hier. Holy shit! Oh mein Gott, ja, ich hab so Angst, Alter. Ich hab noch nie so viel Wasser in meine Maus geschwitzt wie gerade. Und die Paletten waren so beschissen, Alter. Ah, wir haben ja das überlebt. Ist eigentlich physikalisch schon gar nicht mehr möglich. Uff. Oh mein Gott, Team! Oh mein Gott, Team! Ihr seid die Heroes. Ihr seid die Legenden. Ich nehm alles zurück. Komm, nein! Hier ist warm. Ich hätte ihn jetzt gebodyblockt, damit er den Down nicht kriegt. Okay. Wir müssen noch den letzten Gen finden. Ich hab keine Ahnung, wo einer ist. Ich hab keine Ahnung, was auf dieser Map überhaupt abgeht. Die hört man aber auch immer nicht, ne? Ich bin reich! Und ich scheiß auf alle! Jo, tut mir leid, Leute. Ich kümmere mich gleich um eure ganzen... Äh, eure Spenden. Mackie! Nee! Was? Das heißt das Schreck? Alter, ich find den letzten Gen nicht. Hier. Mein Gott! Es gibt zwei so Räume mit so Fenstern? Oder bin ich einfach bloß blöd? Meine Güte! Apfelschut ist gar kein Ding. Du kannst doch gern chillen. Alles cool. Mist, ich's tot. Einer unten und einer oben gegenüber. Das ist ja krass. Yo, fang... So. Kannst du da von der anderen Seite ran? Oh, das geht. Nice. Du bist die, die stirbt, ne? Das weißt du. Hehehe. Oh, nicht der auch schuld für. Er hat keinen Pop, aber es sind trotzdem orangene Funken. Ist das irgendwie, ähm... Ich weiß nicht, haben die das gepatcht, dass man das sieht? Bin mir gerade nicht sicher. Okay, ich lese gleich vor, Leute. Scheiße Adrenalin. Nein, er hebt schon auf. Dang it. Wenn er mich jetzt kriegt, ist es halt reutig, weil ich hab kein Dead Heart. Und ich hab hier keine Paletten mehr. Ich glaub, es ist besser... Aua! Oh mein Gott, Alter. Holy fuck. Oh no, no it. Äh, Shandy. Ich hab noch in der letzten Sekunde was gehört. Ja, das ist natürlich reutig. Okay, sie macht... Oh, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, mein Team, ne? Die Runde. Oh, ich hab ihn... Ich hab ihn enthüllt. Nice. War gar nicht mit Absicht. Hab mich so erschrocken. Ich mich auch. Ich kann noch ne Weile hängen. Mach das auf. Mach das auf. Noch nicht, noch nicht. Ja, ja, geh da hin. Okay, ich hab Dead Heart. Und ich hab... Boah, die blocken das Team. Alter, mein Team! Na, guckt euch das an! Guck mal, guck mal, guck mal! Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, ich liebe diese Leute. Boah, ey. Boah. Boah, 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 boah Sehr schön Das hat so krass Spaß gemacht, Mann Das war so ein geiler Moment, ey Hui Team OP Das war ein geiles Game Scheiß mal auf das No-Welt, Alter Das haben wir auch schnell gekriegt Vor allem in der Wie schnell das gefunden wurde, ne In der Map Absolut krank Sehr geile Nummer Arschgeile Nummer Dankeschön